Ah, ich freu mich so. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal zusammen einen Film geschaut? Weiß nicht. Ich auch nicht. Vielleicht vor ein paar Jahren an Weihnachten. Hier, probier mal. Die sind so geil. Darf ich auch nochmal? Also eigentlich wollte... Oh, so geil. Meine absolute Lieblingsszene. Sorry, Broby. Wir gucken den mal anders, ja? Ja, alles gut. Ja, alles gut.